ja meine lieben herzlich willkommen bei aber nach schon morgen ist es wieder soweit morgen gehen ome und ich wieder auf in die weiden der galaxie emperium galactic survival steht an ich weiß nicht was wir machen wenn die alpha 13 auskommt das glaube ich nicht weil es ist ja einfach nur ein gerücht ich weiß nicht ob wir das dann eventuell nur tränen werden aber geplant auf jeden fall ist morgen emperium galactic survival ab 22 uhr geht's los den link findet ihr natürlich wieder direkt unter dem video in den ersten drei zeilen ich freue mich wenn ihr dabei seid und letztes mal was total verrückt ome konnte überhaupt nichts dafür er ist ja quasi blind ins spiel reingegangen ich habe ihn ein bisschen falsch geführt sag ich mal weil ich dachte wir probieren mal was aus abgesehen von einem sehr lustigen abend ist nicht wirklich viel dabei rausgekommen aber es war schon schön ja wir wollen gucken dass wir es wieder so lustig wieder so schön haben aber ein bisschen mehr emperium spielen so wie es gespielt wird wäre schon auch nicht so verkehrt ja das mal hinkriegen die vorbereitung der standardmäßig also pot aufräumen und in den kram bauen den man unbedingt braucht was so unheimlich viel zeit in anspruch nimmt das werde ich mal gucken ob ich das kurz vorher mache dass wir direkt loslegen können richtig anfangen können und ja dann hoffe ich wir sehen uns morgen abend am samstag den 31 oktober 2015 prima daumen 22 uhr ich hoffe ihr kommt zahlreich unterstützt den omen ein bisschen und ja dass wir uns da sehen genau das wollte ich eigentlich sagen also bis dahin ich wünsche euch weiter bei bei